schön nicht auf 1 fokussieren jeder auf 1 weg damit so schon haben wir keine verpackten zwerge mehr dafür springen die yetis so ihr macht da du hast wieder nichts zu tun obwohl hier überall was zu tun ist letzte stein nicht immer schreiend weglaufen ihr seid zwerge verdammt die brauchen eine größere lebenspunkte anzeige wenn sie jetzt auf 50 prozent laufen sie schon schreiend weg das ist nicht sehr zwergisch so 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 jungs baut steine die treiben ich mein wahnsinn na gut dann schippt schnee macht die doben bäume weg tötet schnecken was weiß ich so das ist nicht gut oh weizen äh was macht ihr da unten du bist jetzt tot oder auch nicht okay zwergen truppe tötet bitte mal die wie ich ja da genau massaka nicht das war gerade ein hot job von oben bauernwirtschaft ok aha und gewonnen so raus hier oh silber und jede menge eisen warte mal ich glaube wir bleiben doch noch ein bisschen hier und gold und überhaupt ganz viele tolle sachen mach das mal alles weg hier total ruhig sich tausend mal weiter ja kohle hätten wir ja auch noch das recht schicke bremen kommt keine arbeiten ja ich weiß ich habe viele aufträge verteilt aber die stehen trotzdem alle einfach nur rum schön vielleicht habe ich auch ein paar zu viele portale aufgestellt nö eigentlich nicht wir haben ein loch unter dem lager das könnte ein problem sein baustein war wobei der stein allerdings im lager ist baue erde er ist auch im lager ich denke ansatz du viele zwerg kontroll übernehmen baue steinwoll jetzt geht das hoffentlich ja das war wohl die ganze zeit das problem so setzte stein stein ich dachte schon das werden die alltäglichen bugs aber man sieht nicht wirklich massiv aus aber so fallen gerade alle durch so 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 bitteschön und die welle schon da die kommt erst in 30 minuten das war so nicht geplant die jungen sind gar nicht ausgeschlafen Nee, nee, nicht jetzt Schneeschippen. Okay, F1, ausrüsten. Langboomen, langboomen. Langboomen, langboomen. So. Alarm, langboomen? Ja, sehr gut. Warte noch ganz kurz. Können wir mal ein Sammelbefehl geben, hier. Jetzt töten. Töten. Töten, töten. Dich aufheben. Hunter, Hunter. Piu, 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 piu. Oh, schön viele Erfahrungspunkte. Oh. Level ab. Sehr schön. Stopp. Bevölkerung gewachsen. Und er läuft sofort mit seinem Steinkeil da los und will töten. Das ist mal ein Zwerg. Nicht wie der Rest, der immer so feige von Dunn zieht. Also, Bogen die Hand. Stahl, Schuhe, Lederkäppi und Lederrüstung. Das da und das da und fertig. Weg, 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 alles töten. Oh, oh. Also, erste Tür ist weg. Oh. Es werden wieder mehr. Und es sind keine Beholde dabei. Ich habe den Verdacht, sie haben einen kleinen Patch reinschoben, der die Beholde rausnimmt. Weil die auch ein bisschen affig waren. Also, manchmal haben sie gekämpft, aber am größten Teil der Zeit halt nicht. So, zweite Tür hält. Noch. Ich könnte nicht getroffen werden, also nicht weglaufen. Alle hier stehen bleiben und schießen. Weg, 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 weg. Zweite Tür ist weg. Dürfte aber nicht mehr allzu lange dauern bis Tag ist. Und ja, ich könnte hier alles mit Schießschaden zu bauen, wo die Gegner wohl nicht sind. Nicht durchkommen, wir aber schon, aber das ist unfair. Weg, weg, weg. Und gleich geschafft. Aha, sie sind nicht mal bis zu unserer letzten Tür gekommen. Bis jetzt. Schnicke muss auch sterben. Piu. Oh, oh. Genau, taktischer Rückzug. Da kommt ein Typ mit einer riesen Teule. Oh, oh. Äh, ja. Haut den einzigen Typen, der Schaden anrichtet. Genau. Und ein Zombie. Töten, 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 töten. Töten. Die gehören alle noch zur Welle. Töten. Nicht den Auge töten. Piu, 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 piu. Okay, F2. Weg mit dir. Weg mit dir. Weg mit der Schnecke. Aha. Ich glaube, wir sollten wieder aufs Schwetter wechseln, ne? Na, obwohl geht. In den langen Bögen haben sie deswegen auch mehr Reichweite, sinnigerweise. Heide da. Heide da. Sie sind so voll im Blutrausch. Töten. Na, komm, echt ganz schön weit. Na gut, ihr Jungs macht das schon. Ich verteile mal ein paar Aufträge. Primär die Türen wieder. Da, Eisentür. Türen wieder einbauen. Und wichtiger Deko-Kram. Das ist jetzt die Erde, das ist jetzt die Erde. Das ist jetzt die Stein, das ist die Stein, das ist die Erde, das ist das Zeug. So. Das muss alles auch noch gemacht werden. Die Kleinen müssen sterben. Erda muss sterben. Und ihr kriegt jetzt alle wieder eure Schwerter. Weil ich das nicht mit ansehen kann, wie ihr immer und immer wieder in den Boden schießt. Oder komische Hüpfeinlagen macht, um treffen zu können. So, 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 so. So, du hast kein... Okay, da. Das weg. Weg, 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 weg. Weg, 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 weg. Ups. Ups. So. Nein. Oh, Steinwall. Also es ist ja schön und gut, dass die teilweise durchlässig sind, die Wände, wenn man sie einmal anklickt. Aber... So, weg, 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 weg. Fackel fehlt noch, da oben fehlt noch einer. So, den lasse ich mal abs... Den lasse ich mal absichtlich, so wollte ich sagen. Damit er darunter gehen kann, daran arbeiten kann. Genau. Jetzt raus da. Zu. Zu. Scuffolding. Fackelauftrag weg. Fackelauftrag hin. Es ist zur Erde, es ist zur Erde. 43 Minuten, bis der Nächste kommt. Was ich allerdings dabei immer unterschätze, ähm, wir haben ja doppelte Zeit, ne? Deswegen hat sich das ebenso an mich herangeschlichen. Scuffolding, so. Also unser unterirdischer See, unterirdischer See ist gleich fertig. Wir haben hier unsere Verteidigungsanlagen ein wenig ausgebaut. Wobei das Gras noch irritiert, das heißt, ich müsste das hintere Dirt auch nochmal abbauen. Aber das kann warten. Du kannst weg. Das hier muss alles noch zu Ende gemacht werden. Und durch Dirt ersetzt. Aber Dirt haben wir inzwischen ja doch auch recht viel bekommen. Dirt, Dirt. Das könnte auch mal alles abtransportiert werden. Und, das heißt, wir können Bier herstellen. Wir haben jetzt Weizen. Sehr schön. Da freuen sich bestimmt ein paar Zwerge. Weil immer nur Fischsuppe und Steaks ist so. Weg. Weg, 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 weg. Weg, weg, weg. Alles wegkommt, Zwerge. Crunch, crunch, crunch. So. Weg mit dir, weg mit dir, weg mit dir. Weg mit dir, weg mit dir. Sagt der Tickbaum. Tickbaum sagt Tesla-Turm. Oh, Mist, 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 Mist. Oh, hier. Genau. Unsere Mine. Portal, 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 Portal. Habe ich total vergessen gehabt. Die Zwerge sind jetzt alle zu Fuß, die ganzen, ah, den ganzen Weg gelaufen. Kein Wunder, dass da nie irgendjemand Zeit hat. Da würde ich zumachen. Ganz viel Gold. Das ist das Problem mit der Richtung. Wir dürfen erstmal nicht haben. So. Ihr kriegt auch ein Portal hier. Bitteschön. Wollt ja nicht so sein. Wir haben 10 Zwerge. Bis zum 11. geht das auch schon langsam. Wir kriegen jetzt ja auch mit jeder Welle wesentlich mehr Gegner. Dementsprechend auch wesentlich mehr Erfahrungspunkte. Könnte also doch wieder Schwung aufnehmen mit Zwergenzuwachs. Boah, geht da schnell runter. Hier, bitteschön. Wir können jetzt 105 Mana im Pool behalten. Ist auch nicht schlecht. Ja, Silberwerkzeug. Das wollte ich eigentlich machen, diese letzte Folge. Ziegel. Ton, Wasser, Kohle, Ziegel. Großer Herd. Brauchen wir Ton. Ton haben wir gar nicht. Erde, Wasser, Kohle. Da. Großer Herd. Kessel, Ziegel. Kessel bräuchte wieder Eisen. Ist okay. Ziegel werden gerade hergestellt. Das war hier alles mal flach. Dann hat es geschneit und auf dem Schnee kann er... Da haben die ganzen doofen Bäume. Na gut, hilft nichts. Und es sind wieder Goblins da. Die lasse ich jetzt da. Die lasse ich jetzt so lange da, bis wir bessere Ausrüstung haben. Und wir nicht vor Käfern weglaufen. So, mach das mal alles weg hier. Warum habt ihr Ziegel dabei, wenn ihr Bäume hacken sollt? Ihr seid komisch. Springt hier ins Lager und kommt dann hierher. Mann, 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 Mann. Mach den doofen Baum weg. Mach den doofen Baum. Nö, wozu auch? Ach, da. So, Baum weg, Baum weg. Haben sie ja gleich so. Da habe ich noch ganz viele Aufträge. Dieser Zauber mit den kleinen Fliedermäusen, die die Ressourcen einsammeln, den hätte ich jetzt richtig gerne. Ja, dann würden die Zwerge wenigstens die wichtigen Arbeiten machen. Der läuft vom Kiefer weg. Dann würden die Zwerge wenigstens die wichtigen Aufgaben machen und die Flatterviecher sammeln das Zeug ein. So, ich mache den Auftrag mal neu hier. Irgendwie kommt da keiner. Vorne Erde, vorne Erde, vorne Erde. Dann könnten wir hier schon mal anfangen, den See aufzuschütten und hier die Brücken zu bauen. Dich machen wir auch neu. Stuck, Stuck, Stuck. So, so. Vorne Erde, vorne Wurzeln, Schnee, Stein, so. Das muss noch alles abgebaut werden. So, du Raum bist jetzt fertig. Ups. Bist jetzt fertig. Da kommt noch die Brücke hin und dann schmilzt das Eis. Also Brücken hatten wir schon mal. Genau hier, Steinbrücke. Eins, zwei. Äh, ja. Hops. Drei, vier. So viel Größe ist der Teich jetzt aber auch nicht, fällt mir gerade auf. Aber naja, ist ein Anfang. So, jetzt geht's raus da. Raus da. Ich mach euch die Skullding weg. Genau. Hops, raus. Du. Heya. Nein. Na komm schon. Geh aber selber raus. Eis, 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 Eisblock. Bauer Eis, Bauer Ei, warte mal. Bauer Eis, Bauer Eis. Müsst ihr eigentlich runter dann rutschen? Die lachen sich gegenseitig aus. Hoffen wir, die schmilzen mal, sonst haben wir ein Problem. Die schmilzen nicht, weil sie innerhalb von dem Wohnblock sind. Also brauchen wir eine Tür. Muss ja nicht mehr eine Eisentür sein. Tür. Tür. Mal gucken. Na. Und? Komm schon. Schmilzt. Schmilzt nicht. Gehört auch irgendwie immer noch zum... Naja, ist richtig happy. Die Sterne gehen immer noch da rum. Das ist nicht gut. Wir nutzen Holztür. Warum Totem? Warum funktionierst du nie so, wie du sollst? So, geht raus da. Das müssen wir uns nachher mal angucken. Das hier muss noch alles abgebaut werden. So, tötet die da draußen. Das muss alles weg. Weg. So. Tö-dön. Tö-tö-t. Ich hab die Minion wieder vergessen, ja? Jo. Portal dahinten. Ersetzen, 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 ersetzen. Nein, nicht bauen. Ersetzen, ersetzen. Skaffold hin. Mehr Skaffold hin. So, und wenn ich hier rum, da rum alles wegmachen. Da ist noch mehr Eisen. Ja, das zuzuschippen wird eine Weile dauern. So, hier wird auch endlich gebaut. Sehr schön. Das könnt ihr gleich zumachen. Das könnt ihr zumachen. Du, weißt du was? Du bist jetzt der Zwerg, der jetzt alles zumachen wird. Okay. Jungs. Ich will mich immer sabotieren. Immer. Ich hau euch gleich. Geh. Geh. Raus da. Raus da. Kannst du schon lauter hin? Ja. Gut, danke. Ich buddel dich ein. Komm. Okay. Was machst du in meiner Schmiede? Verdammt. Stirb. Elender Gnom. Zwerg. Goblin Ding. Baut die Dinger mal weg. Mach die Fackel weg. Vielleicht bringt das auch irgendwas. Eisblock hier. So. Baut hier in die dunkle Ecke ein Eisblock. Vielleicht bringt das irgendwas. Jetzt geht weg und lasst den Eisblock in Ruhe. Wenn wir nicht hingucken. Schmilzt es? Ja. Haha. Bau Eis. Bau Eis. Bau Eis. Bau Eis. Sehr gut.